Hallo zusammen, ihr hattet gefragt, wie bringen wir eine Aufhängung hinter ein Briefeckenbinding. Hier sind vier einfache Möglichkeiten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Bei unserem Briefeckenbinding gehen wir von fertigen Briefecken aus. Unter dem Video findet ihr einen Link zu diesem Video. Hier werden dann die Briefecken erklärt. Wenn wir unseren Quilt dann aufhängen möchten, geht das am besten mit Dreiecken. In diesem Video haben wir unterschiedliche Dreiecke gefertigt, sodass wir unseren Quilt auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Optik aufhängen können. Das sind die ersten vier. Es wird noch ein Zusatzvideo geben, aber wir starten mit, wo ist es? der einfachsten Möglichkeit. Ich starte mit einem vorbereiteten Muster-Sandwich. Wir nehmen unterschiedlich große Quadrate. Die Quadratgröße hängt ab von dem Quilt, den wir aufhängen möchten. Wir nehmen zwei Quadrate, legen sie genau übereinander und wir zeichnen einmal die Mittellinie ein. Damit unsere Quadrate nicht wieder auseinander rutschen, sichern wir sie mit ein paar Nadeln. Ich nehme hier gerne die ganz kleinen kurzen Nadeln, weil man dann komplett nähen kann und sie stören nicht. Auf jeder Seite, wir haben nun zwei Dreiecke eingezeichnet und auf jeder Seite unserer Mittellinie, also auf jedem Dreieck, zeichnen wir eine Wendeöffnung ein. Und nun nähen wir einmal außen um unser Quadrat herum. Wir nähen füßchenweit, wir nähen bis zur ersten Wendeöffnung, sichern. Wir lassen die Wendeöffnung frei und nähen auf der anderen Seite füßchenweit weiter. Auch hier sichern wir die Wendeöffnung und auf der anderen Seite machen wir das ganz genauso. Wenn wir einmal komplett um unser Quadrat herumgenäht haben, nähen wir rechts und links unserer in der Mitte eingezeichneten Linie. Auf diese Weise erhalten wir zwei gleiche Dreiecke, in die wir später einen Stock schieben können. Wir schneiden die Spitzen von unserem Quadrat zurück und wir schneiden unser Quadrat in zwei Dreiecke, genau über die eingezeichnete Linie. Das Ganze wenden wir und wir richten das Ganze mit dem Falzbein ein bisschen aus. Unsere nun fertigen Dreiecke bügeln wir. Und damit das Ganze gut hält, nähen wir noch einmal außen knappkantig um unser Dreieck herum. Und unsere ersten beiden Aufhängungsdreiecke sind fertiggestellt. Für die erste Methode starten wir mit einem schon komplett fertigen Quilt. Unser vorbereitetes Dreieck legen wir einmal auf die Rückseite unseres Quiltes. Und nun nähen wir außerhalb unserer abgeschlossenen Naht mit einem Matratzenstich unser gut ausgerichtetes Dreieck fest. Und so schaut das aus. Und von vorne könnt ihr gar nicht sehen, dass ihr irgendwas genäht habt. Die zweite Möglichkeit arbeiten wir ebenfalls komplett hinter unserem Sandwich, sodass diese beiden Ideen von vorne gar nicht zu sehen sind. Unser zweites Dreieck möchten wir mit einarbeiten. Auch das legen wir auf die Rückseite genau in die Ecke und wir stecken das einmal fest. Das richten wir sehr gut aus und wir sichern das Ganze einmal mit einem Reihfaden. Den Reihfaden setzen wir genau durch unsere knappkantig genähte Abschlussnaht von unserem Dreieck. Und wenn wir das Ganze uns jetzt anschauen, dann sehen wir unseren Reihfaden. Wir wissen genau, wie weit läuft unser Dreieck auf der Rückseite. Und wir können unser Binding ganz einfach fertigstellen, ohne dass wir auf das Dreieck Rücksicht nehmen müssen. Am Ende entfernen wir den Reihfaden und unser Dreieck ist eingesetzt. Bei mir habe ich einen sehr großen Rand gelassen. Ihr könnt den Rand kleiner lassen und unsere Haltestange können wir nun in beide Dreiecke einschieben. Unsere nächsten beiden Möglichkeiten bieten ein bisschen mehr gestalterischen Spielraum. Wir können das Ganze ganz schlicht arbeiten, sodass wir auch ein durchlaufendes Binding haben. Wir können aber mit der nächsten Aufhängungsidee zusätzliche Zieherelemente in unser Binding einarbeiten. Bei unserer zweiten Methode nähen wir nur einmal rechts und links neben der eingezeichneten Mittelnaht zwei Quadrate zueinander. Das Ganze teilen wir wieder genau auf der Mittellinie. Wir bügeln die genähte Naht, wir schlagen unsere beiden Dreieckshälften auseinander, wir formen ein Quadrat. Das Ganze pressen wir richtig schön ein. Ihr seht den Nebel an meiner Kamera. Wir schlagen das zurück und nun schlagen wir die obere Hälfte über unsere Nahtzugabe. Achtet darauf, dass unsere Naht zu einer Seite verschwindet. Wir möchten die Naht nachher innen liegen haben, also bügeln wir das Ganze nun so, dass wir auf unserer rechten Seite keine Naht sehen. Wir schneiden noch einmal die Eselsohren ab und dann kann es auch schon losgehen. Ich setze das Binding in zwei Farben um, damit wir unterschiedliche Ergebnisse sehen. Unser Dreieck muss nun sehr viel größer werden, denn wir möchten unser Dreieck nicht auf unserem Quilt ansetzen, sondern auf unserem Stoffstück, das wir später noch einschlagen. Wir richten unser vorbereitetes Dreieck auf der Quiltrückseite genau mit der Außenkante unseres Rückseitenstoffes aus, stecken das Ganze einmal fest und nun können wir wie gewohnt unsere Briefecken einnähen. Wir sichern diese Ecke noch einmal, denn wir haben nun sehr viele Stofflagen und das Ganze soll nicht schief werden. Wir nähen das auch möglichst langsam, näht ruhig ein paar Stiche von Hand, damit ihr genau die Ecke findet, genau die Ecke trefft und ein schönes Ergebnis bekommt. Wenn wir unsere Briefecke eingenäht haben, schneiden wir die Nahtzugabe zurück, haltet sie sehr knapp und wir schneiden die Ecken noch einmal gerade. Das Ganze schlagen wir zurück und wir möchten nun unsere Briefecken ausformen. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, ihr habt nun viele Stofflagen übereinander liegen. Wenn wir diese Art der Aufhängung wählen, können wir noch zusätzlich farbliche Akzente mit unserem Binding erzielen. Nun schlagen wir wie gewohnt unsere Nahtzugabe nach innen, damit wir eine schöne ordentliche Briefecke bekommen. Das Problem ist nun, wir haben eine sehr dicke Spitze. Damit das ein bisschen weniger wird, schlagen wir die Spitze noch einmal nach außen. So, und wir nehmen diesen inneren Teil und schneiden jetzt nur ein Stück von der Spitze ab. Formt das vorher wirklich einmal aus, damit ihr nicht zu viel abschneidet. Ihr müsst den Stoff noch nach innen schlagen können, ihr möchtet aber nicht diese kräftige Spitze haben. Und so schaut das dann aus. Wenn wir das gut ausgeformt haben, bügeln wir das Ganze einmal. Bügelt das richtig gut ein, denn wir haben wirklich viele Stofflagen und unsere Maschine muss da schon ein bisschen arbeiten. Und je genauer wir das vorbereitet haben, je schöner wird da das Ergebnis. Und wir nähen knappkantig unsere Bindingkante ein. Lasst euch Zeit und näht wirklich mit dem Handrad über eure kniffligen Ecken. Wenn wir mit unterschiedlichen Farben arbeiten, dann betonen wir noch einmal genau diese Ecke. Also nehmt euch Zeit, dass sie auch wirklich sehr schön wird. Und wenn wir das haben, können wir einfach unseren Pult zu Ende nähen. So schaut das von der Vorderseite aus. Wenn wir das einmal umdrehen, haben wir zwei Möglichkeiten, unseren Quilt aufzuhängen. Einmal haben wir hier kleine Ösen innerhalb. Mein Stab ist ein bisschen zu kurz, aus gutem Grund, denn ich möchte meinen Stab nicht innen legen, sondern ich möchte ihn hinter das Binding schieben. Und wenn wir das Ganze nun umdrehen, hat das einen sehr schönen Halt. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Dreiecke nähen und Quilter aufhängen. Habt eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiterquilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.